Schwentinental ist die zweitgrößte Stadt im Kreis Plön in Schleswig-Holstein und erstreckt sich etwa 10 Kilometer entlang des Unterlaufes der Schwentine, zwischen der holsteinischen Schweiz und der Schwentine-Mündung in Kiel. Die Stadt entstand erst 2008 aus der Fusion der amtsfreien Gemeinden Reisdorf und Klausdorf, die heute als Ortsteile das Stadtbild prägen. Neben den großen Naherholungsgebieten wie dem Schwentine-Park, den Naturschutzgebieten etwa entlang des Altarmes der Schwentine ist die Stadt überregional auch durch eines der größten Fachmarktzentren Deutschlands bekannt. Geografie- und Verkehrsanbindung Schwentinental liegt östlich von Kiel an der Schwentine, die das Stadtgebiet nach Norden begrenzt. Im Osten liegt die Seenlandschaft der holsteinischen Schweiz mit der benachbarten Stadt Prez. Die Bundesstraßen 76 und 202 binden die Stadt nach Lübeck, Oldenburg in Holstein und Kiel an. Außerdem liegt der Bahnhof Reisdorf an der Bahnstrecke Kiel-Lübeck mit Anschluss an die Reh- und RB-Linien Kiel-Lübeck. Schwentinental ist Teil des Busnetzes der Kieler Verkehrsbetriebe. Durch das Stadtgebiet führt der europäische Fernwanderweg I entlang der Schwentine. Geschichte und Stadtgründung Die Geschichte der Dörfer Klausdorf und Reisdorf reicht etwa 1000 Jahre zurück. Beide Dörfer wurden am 9. Dezember 1224 erstmals urkundlich erwähnt, als der Lübecker Bischof dem Prezerkloster den Zehnten mehrerer Dörfer verlieh. Reisdorf hieß damals noch Ratwassdorf Klausdorf-Fruvenhath. Am 19. November 1369 verkaufte Hinrich Bloch Reisdorf an das Prezerkloster. Am 1. Januar 1965 wurde Reisdorf eine amtsfreie Gemeinde. Fruvenhath wurde 1233 nach der dortigen Kapelle, die dem Heiligen Nikolaus geweiht worden war, in Niklausdorp umbenannt. Beide Dörfer konnten aufgrund der attraktiven grünen Stadtrandlage zu Kiel ihre Einwohnerzahl in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts stark erhöhen auf ca. 6000 bzw. 7600 und verwalteten sich als sogenannte amtsfreie Gemeinden selbst. Anfang der 2000er Jahre bemängelte der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein insgesamt zu viele und kleine Verwaltungseinheiten im Land. Das Land startete daraufhin eine Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich, worin prinzipiell Verwaltungseinheiten von mehr als 8000 Einwohnern geschaffen werden sollten, um einen hauptamtlichen Bürgermeister zu beschäftigen, oder andere Verwaltungsaufgaben selbst wahrnehmen zu können. Sowohl Reisdorf als auch Klausdorf waren damit zu klein, so dass sich der Zusammenschluss anbot. Durch die Schwentine als Verbindung und prägendes Element für beide Ortsteile und den tatsächlichen Charakters eines Fluss-Tales war ein Namensparte für die neue Stadt schnell gefunden. Der Name Schwentine-Tal war jedoch bereits im Gebrauch für das Mündungsgebiet der Schwentine, in dem kommerzielle Ausflugsschiffe unterwegs sind und mit diesem Namen werben, um nicht auf den passenden Namen verzichten zu müssen, aber dennoch vom Schiffsbetrieb an der Mündung unterscheidbar zu sein, wurde schließlich der Name Schwentinen-Tal gewählt. Am 1. März 2008 wurde die Stadt offiziell gegründet. Ministerpräsident Peter Harry Carstensen und Innenminister Lothar Hey überbrachten neben den Stadtrechten auch ein Begrüßungs-Scheck über 100.000 Euro, für die 64. Stadt Schleswig-Holsteins. Schwentinen-Tal war damit mit knapp 14.000 Einwohnern deutlich größer als die Kreisstadt Plöhn. Seit März 2008 führt die Stadt Schwentinen-Tal auch die Verwaltungsgeschäfte für das Amt Sillen-Schlesen. Zurzeit sind und werden mehrere Neubaugebiete erschlossen bzw. ausgebaut. A. Am Oppendorfer Weg im Jörn-Kronsbruch sowie Wilhelm-Gieseckel-Straße. Tourismus, Natur und Naherholung. Bernhard Hohwald ließ 1908 die ersten Wasserkraftwerke am Unterlauf der Schwentine errichten und dazu die Schwentine zum Rosensee aufstauen. Der Rosensee ist heute beliebter Startpunkt für Boots- oder Paddeltourenfluss aufwärts Richtung Pretz und holsteinische Schweiz. Zwischen Rosensee und Oppendorfer Mühle ist die Schwentine Natur belassen und Paddler Richtung Kiel müssen hier ihre Boote umtragen. Das dazwischenliegende Flussstall wurde aufgrund der einzigartigen Natur an den Steilhängen 1984 unter dem Namen Altarm der Schwentine zum Naturschutzgebiet erklärt. Durch dieses Gebiet führt entlang der Schwentine auch der europäische Fernwanderweg I und vereinigt sich am Rosensee mit der Schusteracht. Flussaufwärts schwimmende Fische können die Wasserkraftwerke über den Helix-Turm-Fipas umgehen. Im Gebiet des Altarmes gibt es einen Naturlehrpfad und es werden Fledermaus-Safaris angeboten, bei denen mit speziellen Detektoren die Geräusche der Fledermäuse hörbar gemacht werden und die Tiere in der Dämmerung beobachtet werden können. Direkt angrenzend daran liegt der 40 Hektar große Schwentine Park, ein kostenlos benutzbarer Wildpark mit 400 verschiedenen Tieren, die zum Großteil gefüttert und gestreichelt werden können. Am Wildpark befindet sich auch ein großer Abenteuerspielplatz und direkt angrenzend das einzige beheizte Freibad im Großraum Kiel. Politik, Bürgermeister und hauptamtlicher Chef der Verwaltung ist Michael Stremlau. Die 2013 gewählte Stadtvertretung ist folgendermaßen aufgestellt. Von den 23 Sitzen in der Stadtvertretung hat die SPD seit der Kommunalwahl sechs Sitze, die CDU und die Wählergemeinschaft SWG jeweils fünf. Bündnis 90 Die Grünen verfügen ebenso über drei Sitze wie die Wählergemeinschaft. Wir ein Vertreter gehört der FDP an, die damit keinen Fraktionsstatus besitzt. Spezielle Aufgaben sind an Unterausschüsse der Stadtvertretung delegiert. Zurzeit gibt es den Hauptausschuss, den Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen, den Ausschuss für Bauwesen, Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Öffentlichkeit plus Kleingartenwesen, Ausschuss für Schule, Kultur, Paten und Partnerschaften sowie den Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales. Blasonierung Durch eine oben eingebogene Deichselteilung geteilt. Oben in blau zwei silberne Wellenfäden, rechts in rot ein silberner Krumstab, dessen schafft abgebrochen ist. Links in gold ein grüner Eichenzweig. Die rote Seite steht für den Ortsteil Klausdorf, die andere Seite für Reisdorf. Das blaue Feld symbolisiert die Schwentine. Schwentinental unterhält Partnerschaften mit Schöneiche bei Berlin, Gemeinde Perneck, Reisdorf, Goldberg, Landkreis Ludwigslust, Pachim, Mecklenburg-Vorpommern. Wirtschaft In Schwentinental sind rund 1000 Gewerbebetriebe registriert, die sich teils auf das Stadtgebiet, teils auf spezielle Gewerbegebiete aufteilen. Der Ostseepark ist hierbei aufgrund der vielen verschiedenen Fachmärkte überregional seit den 1970er Jahren bekannt. Zuerst siedelte sich hier das Kaufhaus die Wien und das Gewerbegebiet entwickelte sich über die Jahre schnell zu einem der größten Fachmarktzentren Deutschlands. Da es lange Zeit im Großraum Kiel kein vergleichbares Angebot gab, durch die hervorragende Verkehrsanbindung und kostenlosen Parkplätze wurde das Gewerbegebiet auch bei vielen Kunden aus dem Kieler Raum beliebt. Lange Zeit und immer wieder gab es Streit darüber, ob das Einkaufszentrum auf der grünen Wiese Kaufkraft aus dem innerstädtischen Bereich abzieht und dadurch die Innenstädte gefährdet und ob dies durch Landesplanung geregelt werden muss. 2006 eröffnete Kiel schließlich selbst ein ähnliches Gewerbegebiet in Rossee. Dennoch gibt es nach wie vor bei geplanten Veränderungen oder Baumaßnahmen im Ostseepark immer wieder Einsprüche aus der Landeshauptstadt. Zuletzt hatte die Stadt Schwentinental deswegen eine Veränderungssperre für das Gewerbegebiet erlassen, um zu einem Konsens mit der Nachbarstadt Kiel über die weitere Entwicklung zu gelangen. Nach ergebnislosem Ende der Gespräche läuft diese Veränderungssperre nun jedoch aus, sodass demnächst ein weiterer Ausbau des Ostseeparks möglich ist. Bildung und Kinder Schwentinental bietet mit der Grundschule am Schwentinepark und der Astrid Lindgren Schule zwei Grundschulen, sowie die Albert-Schweizer-Gemeinschaftsschule. Über die Einführung einer eigenen gymnasialen Oberstufe wird diskutiert. Das Deutsche Rote Kreuz betreibt im Ortsteil Reisdorf ein Schul- und Therapiezentrum für Schwerstkörperbehinderte und das norddeutsche Epilepsiezentrum. Schwentinental ist außerdem Standort für die privaten Bernd-Blindoschulen, an denen berufliche Aus- und Weiterbildung, die Fachhochschulreife und das Abitur möglich sind, sowie der ebenfalls zur Blindo-Gruppe gehörenden DIPLOMAFH Nordhessen. Diese bietet dort Präsenzveranstaltungen als ergänzenden Bestandteil von Fernstudiengängen an. Da für die Diplomafachhochschule das Hessische Hochschulgesetz gilt, ist ein Studium unter bestimmten Zugangsvoraussetzungen auch ohne Abitur- oder Fachhochschulreife möglich. Weiterhin betreibt Schwentinental zwei Volkshochschulen. Die Stadt verfügt über sechs Kitas mit 500 Betreuungsplätzen für unter Sechsjährige. Durch Eröffnung mehrerer neuer Gruppen seit Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz 2013 wird 2015 voraussichtlich das erste Mal der Bedarf vollständig gedeckt.